Hi meine Lehmann, willkommen zurück zur World of Warcraft. Wir befinden uns im Tuchema, wie gesagt, hier oben in Shalaran Mividil. Und wir wollen nicht mehr in Shalaran machen. Naja, nehmen wir die mal an. Müssen die Alte hier folgen. Weiß ich doch nicht. Du geiles Auto! So eine Kammer habe ich noch nie gesehen. Nur nur da. Nur nur da. So dunkel. Mit dir würde ich auch gerne mal Beyblade spielen. In Allah. Viel besser. Ja, finde ich auch. Hast gut gemacht. Nehmen wir uns ein Zimmer oder sollen wir zu leben? Echt? Echt? Ja, im Bett bin ich eher aktiv. Hä, hä. Hä, hä. Hä, hä. Hä, Wolf, schön. Lass uns unten nachschauen. Okay. Passt gut auf. Ja, ja, ich passe schon auf. Ich bin dir dicht hinterher, ey. Du Köln. Oder so. Schau mal schon, ey. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Mittelpunkt von der Erde, oder? Aus, Feuer, aus. Nur mit der Erde. Aber auf jeden Fall wird Leilinienenergie von irgendwoher in diese Kammer geführt. Echt? Geil. Wozu wird diese Energie benötigt? Für eine Waffe? Ja, bestimmt. Komm, Hübschen. Die gehen zu mir, ja? Okay. Und wie lange mussten ihre Hüter sie bewahren? Lange genug. Die Fragen werden immer mehr. Ja, ich bekomme schon Leuchte, Kopfschmerz. Auf jeden Fall wissen wir, dass die Verdorrten diesen Ort gemieden haben. Würde ich auch. Und niemand aus dem Palast wird hier nach uns suchen. Gut. Also, Techtelmechtel zu zweit. Jetzt. Die perfekte Zuflucht. Und eine Art Zuhause. Bis zur Rückkehr nach Suramar. Nein. Perfekter Moment. Jetzt. Zuerst brauche ich Verbündete. Nein, bitte nicht. Grüße. Na ja, so wie es aussieht, hat sie gar keine Lust auf ein Techtelmechtel. Das war jetzt die Quest. Schalleran meiner Freunde. Weiter geht es in der nächsten Folge. Geht auf. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.